Guten Abend, ganz herzlich willkommen jetzt bei uns im Lotto-Studio. Im Fußball und im Lotto gilt, nach dem Spiel ist einfach vor dem Spiel. Und nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Von daher muss man einfach immer auf die nächsten Chancen hoffen. Und die kommen ja auch. Sei es bei der nächsten Lotto-Ziehung oder bei der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2018. Nicht ganz so lange müssen Sie auf die erste Chance auf eine Million jetzt warten. Denn hier ist sie schon. Jetzt beim Spiel 77. 77. Die Gewinnzahl. 3, 2, 2, 3, 8, 8, 5. Soweit das Spiel 77. Weiter geht es mit der Lotterie Super 6. Die 1, 6, 7, 5, 9, 3. Im Lotto hat sich wieder ein richtig schöner Jackpot aufgebaut. Es geht um 13 Millionen Euro. Und ich hoffe, das sind genau Ihre Lotto-Zahlen. Die 1 ist gezogen worden. Und dann die 34 und die 37, die 40, dann die 44 und die 49. Und Sie wissen ja, um den Jackpot dann im Lotto noch zu knacken, also um die 13 Millionen zu gewinnen, braucht man halt noch die Superzahl. Und da ist sie. Die 7. Nach der Ziehung ist vor der Ziehung. Nächste Woche warten die nächsten Gewinne. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss.